Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der Seed Show. Wir wurden wieder richtig, richtig viele Seeds zugesendet. Da kommen ja mittlerweile richtig viele Seeds täglich und da ist die Entscheidung wirklich immer schwer, welchen ich denn nehmen möchte. Allerdings habe ich mich diesmal für den Seed Himmel, Arsch und Zwirn entschieden. Warum? Der Seed ist einfach so geil. Es sind richtig Hammer-Sachen direkt nebeneinander quasi verbunden. Äh, verbunden sind die jetzt eher so im sprichwörtlichen Teil, aber ähm, ich erstelle erstmal die Welt. Der Seed wurde mir übrigens bereitgestellt von The Pinguin, äh, The Pinguin Lux, genau. Äh, sein Kommentar, beziehungsweise seine Nachricht an mich wird oben eingeblendet. Bitte, wenn ihr ein Seed wisst, schreibt die mir bitte als Kommentar und nicht so viel als Nachricht, denn ich bekomme mittlerweile täglich ungefähr 50 Nachrichten nur mit Seeds. Also, ähm, Nachrichten sind echt für private Sachen und solche Seed-Sachen bitte in die Kommentare schreiben. Danke. Ähm, so, hier, ihr spawnt, wie ihr schon gesehen habt, hier direkt vor einem Tempel. Äh, ihr geht in den Tempel einfach mal rein, geht nach unten. Moment, ich muss mir eine Fackel holen. Stimmt, das wollte ich machen. Jetzt kommen hier natürlich wieder die Fallen. Blum, schießen sie mich ab, aber... Da, 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 da ist ein Diamant drin und vier Knochen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo eine Kiste ist. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Nee, hier ist nur diese Tripwire. Hier ist dieses komische Schalter-Rätsel. Jetzt hat sich hier irgendwas getan. Ich weiß nicht genau was. Oh. Naja, äh, keine Ahnung, was sich jetzt hier getan hat. Aber ist ja auch relativ egal. Jedenfalls, ähm, ist da halt ein Diamant drin in der Kiste. Dann fliegen wir mal ganz kurz hier raus. Moment, wo ging's lang? Ich glaube... Ja, hier ging's lang. Ähm, ihr wisst immer noch, genau da sind wir gespawnt. Ihr fliegt quasi in diese Richtung. Hier, äh, ist erstmal ein sehr schöner Berg, sehr viele Schweine. Und, tada, hier ist direkt ein Skelettspawner drin. Der, wo auch ein bisschen Eisen, Redstone, Sattel und ein Eimer drin ist. Also auch so ein paar witzige Sachen. Ah nein, die verfolgen mich jetzt. Fickt euch! Geht weg! Ähm, naja, jedenfalls find ich den halt total geil, weil der direkt auf dieser Höhe ist. Also hier auf Höhe 75 und man kann sich dann hier einen richtig geilen Mob, eine richtig geile Mobfalle hinbauen, weil der einfach auf so einer hohen Höhe ist. So, also da ist ein Mob-Spawner. Dann haben wir hier ein Extreme-Hills-Biom. Ich weiß nicht genau, ob man das so nennt. Ich weiß auch nicht, ob das sehr häufig oder eher seltener auftritt. Er hat es jedenfalls nochmal betont in seiner Nachricht an mich, ähm, dass ja bei diesen Koordinaten ein Extreme-Hills-Biom ist. Das hier sind alles Renderfehler. Also nicht, dass ihr denkt, dass da so elendig große Löcher drin sind. Das ist einfach mal eine Fackel hinsetzen, dann ist das weg. Oh, hier auch aber extrem. So, also dann sollte das schon klar gehen. Ähm, also hier ist so ein Extreme-Hills-Biom. Da hinten findet ihr noch eine Schlucht vor. Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil ich dazu wieder viel fliegen muss. Ähm, hier allgemein geht auch ein Fluss her und so weiter. Sieht halt eigentlich ganz schön aus hier alles. Ähm, und halt extrem hohe Berge. Also Extreme-Hills, extreme Berge solltet ihr eigentlich übersetzen können. Hier sind auch Schafe und so weiter. Oh, eine kleine fliegende Insel. Schön. Naja, ähm, und das letzte, was ich euch zeigen möchte, ist, ähm, naja, jetzt nichts, äh, was, womit ihr unbedingt was anfangen könnt. Aber es sieht aus einer bestimmten Perspektive aus wie ein Meteoreinschlag. Und zwar von hier. Sieht so aus, als wäre da so ein Meteor. Okay, da ist jetzt wieder so ein Renderfehler. Okay, Moment, musste ich eben ausleuchten. Dann seht ihr das, was ich meine. So. Gut. Ähm, wenn ihr von hier da drauf guckt, sieht das so aus, als ob irgend so ein Meteor von da reingeflogen wäre und dann da in die Höhle rein. Weil, ich meine, guckt euch die Höhle an. Das sieht echt heftig, Hammer, episch, Bums, Dings aus. Also extrem krass auf jeden Fall. Ähm, also nochmal kurz der Seed zusammengefasst. Ihr spawnt direkt bei einem Dschungeltempel, wo ihr ein paar Rätsel lösen könnt und wo ihr direkt einen Diamant habt. Geht ihr ein Stück weiter, habt ihr hier sofort einen Mob-Spawner. Da habt ihr einen Extreme-Hills-Biome und da ist ein Meteor eingeschlagen und ein Wüstenbiom. Hier ein Dschungelbiom, normales Biom, Extreme-Hills und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, muss ich sagen, ein richtig, richtig geiler Seed. Danke an dich, ThePinguinLux. Schreibt mir weitere Seeds in die Kommentare. Bewertet das Video bitte, wie immer, wenn es euch gefallen hat, mit einem Daumen hoch. Und wenn ihr es nicht so gut fandet, mit einem Daumen runter. Und dann würde ich mich wieder über viele Seeds in den Kommentaren freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.